Hallo zu Freitag nach eins. Es war eine ereignisreiche Woche an der Humboldt-Universität, insbesondere für mich. Ich bin in dieser Woche von Ihnen wiedergewählt worden und freue mich darüber sehr. Es ist schön, dass es tatsächlich zu diesem Ergebnis geführt hat, das ich erhofft hatte und ich bedanke mich bei allen, die mir damit ihr Vertrauen erweisen und die auch mit mir zusammen in eine weitere Amtszeit gehen wollen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemeinsam an der Humboldt-Universität auseinandergenommen, wieder zusammengebaut, neu auf den Weg gebracht und aufs Gleis gesetzt. Das war sehr anstrengend und ich bedanke mich nochmal für das intensive Engagement aller Humboldtianerinnen und Humboldtianer dafür. Und ich freue mich einerseits über tatsächlich die Möglichkeit, auch weiterzumachen mit Ihnen zusammen und nochmal aufzubrechen zu weiteren neuen Zielen, die sich mit der Fokussierung und der Neuprofilierung der Humboldt-Universität auseinandersetzen werden und auch diese möchte ich gerne gestalten. Auf der anderen Seite haben Sie auch ein sehr ehrliches Ergebnis mir mit auf den Weg gegeben, dass ein bisschen auch die innere Unzufriedenheit in der Humboldt-Universität widerspiegelt, sodass mein weiteres großes Ziel ist, auch am inneren Zusammenhalt der Humboldt-Universität zu arbeiten. In diesem Sinne auf ein neues und auf ein weiteres. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende. Untertitelung des ZDF, 2020